Die Jungfrau von Orléans von Friedrich Schiller mit einem Text von Peter Stamm Regie Stefan Kimmich mit Klaus Brömmelmeier, Michael Neuenschwander, Wolfgang Pregler, Edmund Telgenkemper, Marie-Rosa Tietjen und André Willmund Schiller erzählt in seiner romantischen Tragödie die wundersame Geschichte der Jeanne d'Arc, die zur Nationalheldin Frankreichs wurde. Ich bin mit dem ganzen Herzen dabei. Es fließt auch mehr aus dem Herzen als die vorigen Stücke, schreibt er während der Arbeit an seinem Text. Er sollte zu einem seiner erfolgreichsten Dramen werden. Schiller, wie viele andere Schriftsteller auch, war fasziniert von dem historisch bestätigten Stoff um das lothringische Bauernmädchen Johanna, das 1429, während des hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich, mit göttlichem Sendungsbewusstsein im französischen Lager erscheint und die Franzosen an der Spitze zum Sieg führt, die Stadt Orléans befreit, die Engländer aus weiten Teilen des Landes vertreibt und den Kronprinzen Karl VII. zur Krönung nach Reims führt. Als sie von ihm im Stich gelassen wird, gerät sie in englische Gefangenschaft, wo sie vor Gericht als Ketzerin verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Die Magie des Politischen, die Machtergreifung, Kriegsführung eines Mädchens, das wie aus dem Nichts erscheint und zu der Erlöserfigur eines ganzen Landes wird und dabei ihr eigenes Leben opfert, sind Motive genug, um einen solchen Stoff auf die Bühne zu bringen. Schiller folgt den Grundzügen der Geschichte, wählt aber sonst einen freien Umgang mit dem Stoff. Die entscheidenden Änderungen betreffen Johannas Rolle im Krieg und das Ende ihrer Geschichte. Die historische Jungfrau, die selbst nur als Fahnenträgerin in Erscheinung trat, ist bei Schiller Gotteskriegerin und Todesbringerin. Denn sie tötet eigenhändig. Daneben übt sie sich auch noch in Diplomatie und sorgt für eine Versöhnung zwischen dem Herzog von Burgund – der sich mit den Engländern verbündet hatte – und dem Kronprinzen Karl VII. Auch die Begegnung mit dem englischen Heerführer Lionel, den sie nicht zu töten vermag, ist eine Erfindung des Dichters. In dieser Schlüsselszene bringt Schiller seine Hauptfigur in einen tragischen Konflikt zwischen göttlichem Auftrag und menschlichem Gefühl. Sie verliert den Glauben an ihre Mission und den Glauben an sich selbst. Aber sie überwindet diese Krise, gerät anschließend in englische Gefangenschaft und kann sich aus eigener Kraft befreien. Sie eilt den Franzosen erneut zur Hilfe und stirbt auf dem Schlachtfeld. Der Regisseur Stefan Kimmich, der zum ersten Mal am Schauspielhaus Zürich inszeniert, gehört zu den prominentesten und erfahrensten Theaterregisseuren im deutschsprachigen Raum. Er arbeitet unter anderem am Deutschen Theater Berlin, an den Münchner Kammerspielen, am Schauspiel Frankfurt, am Burgtheater Wien und am Staatstheater Stuttgart. An der Jungfrau interessiert ihn, mit welchen Mitteln und Bildern heutige Kriege geführt und dargestellt werden und wie ein junges Mädchen zur Gotteskriegerin wird und von der Männerwelt, die sie umgibt, wahrgenommen und radikalisiert wird. Was projizieren diese Männer in sich hinein? Was erzeugt sie in ihnen? Ist sie Erlöserfigur? Märtyrerin? Tötungsmaschine? Heilige? Werkzeug Gottes? Wundermädchen? Teufel? Oder Engel? Krieg ist eine männliche Domäne. Eine Kriegerin unter lauter Männern noch immer gewöhnungsbedürftig. Kimmich zeigt Johanna in dieser Männerwelt. In einem Prolog, den der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm verfasst hat, verbindet sich der Stück Beginn, Johannas Abschiedsmonolog, mit dem Heute. Mitglieder eines Thinktanks zum Thema Terrorismus reflektieren Gefahren von und finanziellen Gewinn aus terroristischen Angriffen und versuchen, die Mechanismen und Handlungsweisen der modernen Gotteskrieger zu verstehen. Schließlich beginnen diese Männer nach und nach in das Schiller-Drama und die Welt des hundertjährigen Krieges einzutauchen. Als die Jungfrau am Hof Karl VII. erscheint, sind sie auch schon mittendrin im Geschehen, mitgerissen von der Sendungskraft dieser Gotteskriegerin. Erst als Johanna dem englischen Heerführer Lionel begegnet, als Kriegerin versagt und ihre göttliche Aufgabe nicht mehr ausführen kann und verschwindet, kehren die Männer langsam in ihre Realität zurück und wissen nicht mehr weiter. Das Spiel ist aus. Oder, wie Schiller sagt, »Die Wunder ruhen, der Himmel ist verschlossen.« »Die Wunder ruhen, der Himmel ist verschlossen.« Vielen Dank.